Es ist ja nur zwei Tage her. Guten Morgen, liebe Leute! Was machen wir heute? Wir gehen, wir fahren... Zum Auto. Das Auto abholen. Nein. Müssen wir uns schleppen? Jetzt fahren wir also erstmal nach... Ähm... Mögelheim. Tanken müssen wir nicht, aber... Ein bisschen Eis jetzt. Scheiben... Scheiben... Ach, Mensch, habe ich Geld dabei? Ja. Na? Weiß ich ja echt. Hast du es vergessen? Ein bisschen. Ah, ich habe mein Geld vergessen. Oh noch! Mann, das ist immer zu stressig. Du musst doch ein Auto kaufen. Nee, das ist schon bezahlt. Natürlich. So. Ja, danke. Das Geld hatte ich schon. Beim Briefträger, oder? Ja, nicht beim Briefträger, sondern beim Dennis. Ich habe Dennis schon mit Eure Hilti für das Auto. Zumindest mein Teil. Und ein bisschen mehr. Kostet ja auch ein bisschen mehr. Kostet ja nicht nur... Kostet ja nicht nur das Auto, sondern kostet ja auch noch die Versicherung, Steuern, Anmeldungen... Also Zulassung. Das alles hast du schon bezahlt, oder? Mein Teil davon habe ich bezahlt, ja. Gott sei Dank bin ich ganz glücklich. Wenn wir raus haben müssen, müssen immer... Ihr Deckelt sein. Jetzt fahren wir mal los. Dann fahren wir mal los. Du musst Dennis einfach anders nehmen. Oh, da ist alle Dutied. Da fahren wir mal los. Schönen wir kippen. Wo will er hin? Das ist eine Abkürzung. Das ist eine Abkürzung. Danke, Papa. Ja, gut. Danke. Wir waren jetzt gerade ein... Wir waren jetzt gerade das Auto abholen. Jetzt fahren wir zurück damit es nach Hause. Dann fahren wir damit zu anderen Kerstin, zu Joschos Geburtstag. Und dann ist der Tag eigentlich schon vorbei. Und Papa muss dann nur noch wieder hier zurückfahren und das Auto wieder abgeben. Dann wird sein Alters wieder hier zurückfahren. Also herfahren und dann zurück. Und ich zeige euch jetzt den Zurückweg. Bist du dir echt sicher, dass wir hier lange fahren müssen? Ich hab jetzt Angst. Ich hab Angst. Mach das aus. Nein. Mach die aus. Nein. Okay, ähm, hier oben, weil das Rote? Immer drinnen. Na und einen wunderschönen guten Abend liebe Leute. Das mit dem Auto ist ja jetzt nicht ganz so verlaufen, wie ich gedacht hätte. Nicht ganz so reibungslos, weil der Wagen ist nicht in dem Zustand, wie er uns versprochen wurde. Aber er fährt. Na, ist auch in Ordnung. Was soll man machen? So ist es halt. Das hat sich auch fast zu gut angehört, um wahr zu sein. Alles nicht so schlimm. Können wir verknusen. Ihr zeigt, habe ich mir jetzt noch einen Hallig-Suchschieber. Fahrzeuglang rumreden. Das ist ein T4. Doppelkabine. Pritsche. Bauja. 96, glaube ich. Mit angeblich 150.000 Kilometern. Die kann man bestimmt locker mal doppelt nehmen. So wie der sich anhört und fährt. Aber so lange wie er fährt, er hat einen neuen TÜV bekommen. So lange wie er fährt und wie er rollt und wie er uns hinbringt, wo wir hin müssen, ist mir das auch eine Scheiße. Den habe ich jetzt gekauft für zwei Jahre eigentlich. Zwei Jahre muss er halten und das war halt. Alles andere ist mir gleich. Wer will ich dann gar nicht wissen davon. Ich muss kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Ich bin ja eigentlich total leidenschaftslos. Ein Auto muss bei mir einfach nur funktionieren. Ob er dann Danebeule hat und Danebeule? Ich verliere ja. Also Liebhaberfahrzeug und Garagen gepflegt. Checkheft und so weiter. Kann er eigentlich weglassen soweit. Das ist ja Quatsch. Das braucht man bei so einem Auto nicht rein. Aber so ist es. Der trotzdem macht, ist ein bisschen bescheuert. Da guckt man sich ja trotzdem an. Da sieht man ja was los ist. Naja. Jetzt ist es, wie es ist. Den haben wir jetzt an der Backer für die nächsten zwei Jahre. Damit werden wir arbeiten fahren und dort. Ich bin trotzdem zufrieden, weil ich bin heil nach Hause gekommen. Da waren wir noch auf dem Kindergebotstag von meinem besten Freund. Der Sohn, der hat die Gebotschaft, der ist fünf Jahre. Da waren wir auch noch. Und das war für heute. Da gibt es heute ja gar nicht so viel zu berichten. Und jetzt ist es jetzt schon echt spät. Vielleicht 23 Uhr. Jetzt werde ich noch ganz kurz zusammenballern. Hier zusammenschneiden. Und hoffe ihr seid nicht sauer. Das ist ja nicht besonders passiert. Ist manchmal ist es jetzt so. Morgen schon wieder am Montag. Da sehen wir uns wieder. Also macht es gut. Schlaft gut. Wir sehen uns morgen im Laden. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.